Heute seht ihr, hurra es schneit. Viel Spaß! Wann schneit es denn endlich? Es ist weit und breit, kein Schnee zu sehen. Warum schaust du denn so traurig aus, Marie? Ist etwas passiert? Nein, es ist alles okay. Ich will bloß endlich, dass es schneit. Ich will endlich einen Schneemann bauen. Und ich will endlich Schlitten fahren. Warte einfach ab. Man muss sich gedulden. Ich bin mir sicher, dass es diese Woche noch einmal schneit. Nee? Schnee? Wenn es schneit, Lukas, ist der ganze Boden ganz weiß. Und das nennt man Schnee. Das sind kleine Eiskristalle, die vom Himmel fallen. Ich gehe jetzt schnell dran. Bauer? Ah, schön, dass du dich endlich mal wieder meldest. Wir haben ja schon ewig nichts mehr voneinander gehört. Und Lut, Marie? Ach, Lukas, ich wünschte so gerne, dass es jetzt schneit. Lukas, was machst du denn da? Geh doch wieder runter. Schneid! Schneid! Lukas, es schneit doch nicht. Doch! Schneid! Tatsächlich, das gibt es doch nicht. Leni, komm runter, es schneit! Leni, es schneit! Ja, schaut mal, wie viel Schnee draußen liegt. Wow, ist das schön! Alles weiß! Nee! Mama, Mama, dürfen wir rausgehen? Ja, aber ihr müsst euch warm anziehen, es ist sehr kalt draußen. Wollen wir einen Schneemann bauen? Okay, ich baue mit Lukas den Bauch und du machst den Kopf, okay? Komm, Lukas, gleich haben wir es. Die Kugel ist schon riesig. Schneemann bauen! Komme! Fertig, ich stocke für die Arme. Ich habe noch Steine für die Augen und Knöpfe geholt. Kinder, ich habe euch eine Karotte und ein Käppi mitgebracht, für euren Schneemann. Danke, Mama, jetzt schaut er viel besser aus. Schöner Schneemann. Da kommt Papa. Komm, wir werfen die mit einem Schneeball ab. Ja, gute Idee, komm. Das hat aber viel geschneit. Und ich wäre fast von der Straße abgekommen. Eins, zwei, drei. Attacke! Attacke! Wir werden angegriffen. Na, jetzt passt auf. Da gibt es gleich eine vor den Latz. Ah, alle in Deckung. Not in die Kleine. Das war's. Das war's.